Hallo ihr Lieben, heute ist ein Thema für euch, das ziemlich aktuell ist, wie immer, jederzeit aktuell. Denn der Alltag, der ist, wie sie ja rastlos oder nicht und was nicht in dem Kopf steht und so viele Ideen warten noch auf ihre Umsetzung, bessere Ernährung, mehr Sport, gesünder sein im Allgemeinen. Wie geht man es an, wo spart man Zeit, wie kann man sie besser investieren und dazu haben wir heute zwei ganz tolle Personen, nämlich die Kea und die Nelly und die können uns da mit besten Sitzen, Ratschlägen zur Seite stehen. Ja, also Nelly und Kea, wollt ihr euch was mal vorstellen? Ja, gerne, hallo. Hi. Wieso? Ja, ja, ich fang an, wie immer. Ja, hallo, ich bin Kea, ich bin Coach für Fitness, für Motivation, für Ernährung, für Persönlichkeitsentwicklung und für Warners und ich habe ein eigenes Studio in der wunderschönen Pfalz in Speyer, wo ich ganz viele Menschen betreue, das ist basierend auf Pilates und auf funktionelles Training. Ich betreue auch online ganz viele Menschen mittlerweile mit meinem Online-Fitnessprogramm und ja, versuche immer so ganzheitlich mit den Menschen zu arbeiten und die ganzheitlich eben zu betreuen. Ja, ich komme aus Frankreich, wohne aber auch schon über 30 Jahre in Deutschland und wohne auch in dieser wunderschöne Pfalz in Speyer, wir sind also nicht sehr weit voneinander entfernt und habe in Speyer ein Geschäft, hochwertig, den ich seit 2007 eigentlich betreibe, also der Name hochwertig, besteht schon seit 2007 und ich gebe Zubereitungskurse in Sachen Rohkost, also es ist mein Fokus eben die Kurse. Sonst haben wir einen Online-Shop und Messe, die Rohproduktion, so alles, was um die Rohkost-Ernährung geht. Danke, ich war mir sehr, dass ich uns so weh jetzt endlich so mal freuzen, denn wir kennen uns schon ziemlich lange. Okay, und wir haben schon immer noch ein paar Ideen ausgetüftet und jetzt klappt es, dass wir uns mal auf dieser Ebene begegnen. So, ja, also im Alltag ist die Zeit meistens rar und die Herausforderung ist dann trotzdem gesunde Ernährung und Fitness mit einzubauen. Sicherlich seid ihr über die Probleme auch gestolpert und habt da eure ganz eigenen Lösungen gefunden. Okay, Nelly, wer von euch mag anfangen, weil so erzählen, wie ihr das angeht. Ja, also die Rohkost-Ernährung habe ich 2004 kennengelernt. Damals war mein Fokus auch das Abnehmen. Ich hatte keine Krankheiten, also ich hatte nur ein bisschen Allergie. Ich habe viel als Kind auch auch Spitzen bekommen, habe diese Desensibilisierung mitgemacht. Und im Erwachsenenalter ist es auch geblieben. Und dann habe ich, wie gesagt, die Rohkost-Ernährung entdeckt online. Das war schön, also man hat viele, viele Webseiten. Im Ausland, also Ausland, England, Amerika war viel schon über Rohkost bekannt. In Deutschland war das damals nicht so der Fall. Es gab auch kaum Bücher darüber. Ich habe dann ein Training gemacht bei einer Amerikanerin, um Raw Food Chef zu werden. Ich habe erst mal angefangen mit der Rohkost von heute auf morgen, also für mich nur erst mal. Und ich habe gesehen, das hat sehr viele Ergebnisse gebracht. Und dann habe ich entschieden, das möchte ich nicht nur für mich behalten, sondern auch andere Menschen damit konfrontieren und denen zeigen, dass es auch was Gutes ist. Und eben habe ich das Training gemacht und habe dann den Rohkost-Chef gemacht. Und seitdem, seit 2007, gebe ich dann auch Kurse, um den Menschen zu zeigen, dass die Rohkost eigentlich keine, man muss keine Angst davor haben, sondern das schmeckt gut, das macht Spaß und das bewirkt auch sehr viel im Körper. Was ist es denn, was dich fasziniert, was es bewirkt? Was hast du an dir selber festgestellt? Es hat bewirkt, dass ich sehr viel, also ich hatte schon vorher gute Energie, ich bin schon ein energievoller Mensch, aber dadurch, ich habe noch mehr Energie bekommen, was natürlich für mein Umfeld, teilweise sehr anstrengend war. Aber es war mir egal, also ich fühlte mich sehr, sehr wohl. Ich bin vor allem viel klarer gewesen. Ich habe, die Entscheidung, die ich getroffen habe, die kam wirklich vom Herzen und von, also aus Überzeugung. Und also diese Klarheit hat mich sehr, sehr fasziniert. Also Energie, Klarheit, ein besseres Schlaf, ich komme auch zu besser schlafen. Vor allem, ich habe auch diese Energie auch im Sport umgewandelt damals. Ich habe sehr, sehr viel Sport getrieben. Und ja, ich war einfach nicht zu bremsen. Also das, was die Ruckus auch bewirkt, man kann nicht mehr gebremst werden. Das stimmt. Klingt auch nach einem typischen Entgiftungseffekt, ne? Ja, ja. Und vor allem, ich wusste auch genau, also ich war geerdet. Also ich war auch klarer in meinen Entscheidungen, wenn mich auch jemand vielleicht mal geärgert hat oder sowas, dann war ich auch sicherer der Person gegenüber. Ich konnte mich ja besser, ich war gefestigt einfach, ne? Würdest du deshalb empfehlen, das 100% zu machen? Oder was ist bei deiner Einstellung? Damals war meine Einstellung, also als ich angefangen habe, ich habe auch 100%, wobei ich diese Prozente eigentlich nicht mag. Aber ich habe mich nur von Ruckus ernährt, ein bis zwei Jahre lang ungefähr, mit dem sozialen Umfeld. Das ist ein bisschen komplizierter. Also man muss es echt, also man muss es nicht, aber ich habe viele Kompromisse gemacht, weil ich mich einfach auch mit meiner Familie zusammensetzen wollte, ohne dass sie da meine Ernährung immer gucken, was ich da esse. Und das war aber meine Entscheidung. Also ich habe es mir nicht entschieden, dass ich diese Kompromisse gerne mache. Ob jetzt eine 100%ige Rohkosternährung wünschenswert ist oder förderlich ist, ich glaube es nicht. Also ich glaube, das ist nur ein Balance, es muss ausbalanciert sein. Alltagstauglich ist auch ein Schlagwort, ne? Ja, aber auch, man muss nicht verbohrt sein und sagen, also jetzt absolut ernähre ich mich nur von Rohkost. Im Gegenteil, da macht man sich eher verrückt und kann auch vieles Negative damit bewirken. Also ich denke so 70, 80% pflanzliche Ernährung, hohe Ernährung ist sehr, sehr gut. Was auch über das Haus geht, sollte womöglich schon noch pflanzlich sein, aber eben nicht nur Rohkost. Ich sage auch in meinem Kurs, ich bin keine reine Rohkostlerin, das behaupte ich nicht, weil es wäre nicht authentisch. Ich esse gerne auch andere Sachen, die auch gebraucht sind. Und dein Weg kämen, wo du hin und du gefunden hast, um mehr Aufhängigkeiten in den Alltag zu bringen oder Zeit zu sparen, um dir wieder gut zu entwickeln? Ja, also bei mir fing das Ganze ja mit der Fitness an, dass ich eben, also im Alter von 16 Jahren schon gesagt habe, irgendwie möchte ich mich gerne bewegen, aber nicht so diese typischen Bewegungsformen. Wenn man geht in den Verein oder geht in so einen Teamsport oder so, das war nie so meins. Dann habe ich mit 16 schon angefangen, so Choreografien zu entwickeln. Ich freundet mich und habe die dann immer so ein bisschen so vortouren und eben so aerobik, was damals halt so in war, damals. Das ist ja schon ewig her. Jane Fonda. Genau, Jane Fonda mit Stirn. Ja, und da habe ich schon gemerkt, wenn man das täglich so in den Alltag einbaut, dann kamen wir dann auch, ich bin ja noch zur Schule gegangen und war ich im Ausland und dann fängt man ja einen Beruf an. Aber wenn man es täglich in den Alltag einbaut, diese Bewegung, dann tut es unheimlich gut. Also wenn man den Tag schon mit einer kleinen Bewegungseinheit startet, dann geht man ganz anders durch den Tag, wie wenn man morgens sich einfach aus dem Bett quält, einen Kaffee trinkt und dann um den Rest des Tages nachgeht. Und das habe ich dann, also ich habe das dann für mich immer so weitergemacht, bin aber beruflich in eine komplett andere Richtung gegangen, bin in die Spracherziehung gegangen, habe große und kleine Menschen unterrichtet, bis ich dann irgendwann, als wir in den USA zu Besuch waren, mein Mann ist Amerikaner, habe ich Pilates kennengelernt. Das kannte man da in Deutschland noch nicht. Pilates war allerdings ein Deutscher, der ist nach Amerika gegangen und hat dort seine Trainingsmethode quasi gelegt und unterrichtet. Und da habe ich einen Kurs mitgemacht und ich war total davon fasziniert, weil es Pilates, also wer es jetzt nicht kennt, das ist so ein Ganzkörpertraining, wo es um die Tiefenmuskulatur geht und wo es jetzt nicht darum geht, dass man hier große Muckis kriegt, sondern sich halt von innen nach außen aufbaut, ein schönes Körpergerüst eben aufbaut und unheimlich viel Länge in die Haltung bringt und es ist auch wieder so eine Lebenseinstellung. Und es hat mir so gut gefallen, dieser Kurs, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier die Ausbildung. Meine Freundin von mir hatte damals schon, er kannte damals schon jemand anderen, die ein eigenes Studio hatte und da habe ich da die Ausbildung angefangen, und habe die dann in Deutschland fertig gemacht. Und so fing dann der Weg an, so mit den ersten Volkshochschulkursen, weil es es noch gar nicht gab. Es gab es in Deutschland definitiv nicht. Ich habe hier die ersten Kurse angeboten in unserem Bereich und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und es wurde mit jedem Kurs und mit jedem Teilnehmer, der zu mir kam, klar, die Leute sind echt absolut davon begeistert und die spüren auch, wie sie es im Alltag bereichert. Und wenn ich vor allem mal in der Woche eben zu diesem Kurs kam, wurden sie doch sehr bereichert und sind jedes Mal wiedergekommen, oh, und ich merke das jetzt schon beim Einkaufen und beim Kochen, ich bin viel aufrechter. Ja, und so hat sich das eben immer weiterentwickelt und für mich natürlich auch. Also ich habe da noch zahlreiche Ausbildungen gemacht und ich sage auch immer, die Bewegung, das ist, also auch Fitness, das ist nicht, ach, das muss ich machen, um schlank zu sein oder um fit zu sein, sondern es tut mir gut. Es ist eine Lebenseinstellung, wenn man fit ist, also wenn man aufrecht ist, nein, fit will ich nicht sagen, aber aufrecht ist. Ich höre bei euch beide schon raus, die Motivation dahinter ist, also erst mal dieses Gefühl gewonnen zu haben und ich bin so beflügelt, inspiriert für den Alltag. Ja. Also gar nicht, ich muss schon ein bisschen schlank sein, ich muss toll aussehen, sondern dieses Gefühl, von innen raus zu strahlen und trotzdem den Alltag mitzunehmen. Ja, also bei mir gibt es auch gar keinen Tag ohne Bewegung. Das geht gar nicht. Also der Tag fängt morgens mittels schon an und ja, das ist halt auch das, was ich versuche zu vermitteln. Lieber jeden Tag ein bisschen, wie einmal in der Woche, ins Fitnessstudio rennen und irgend so, irgendwelche Gewichte zu stemmen, das bringt so viel mehr. da mit einhergehend, ist dann natürlich automatisch die Ernährung. Das ist also, es ergänzt sich halt wunderbar, weil ich war eigentlich so als Pfälzer-Mädel absoluter Allesesser. so früher und je mehr ich mich bewegt habe, umso mehr habe ich auf meine Ernährung geachtet und bin dann auf die Vollwertkost gekommen und dann auf die vegetarische Ernährung und dann vegan und dann zur Rohkost. Ja, also das ist so, man kann sich nicht bewegen und sich wohlfühlen wollen im Körper und dabei nicht auf die Ernährung achten. Also das geht. Das ist so ein Selbstläufer, der in Gang kommt. Egal ob von der einen oder aus der anderen Richtung, wo man herkommt, ob man über die Ernährung gesünder wird und der Bewegungstrakt zunehmen oder ob man erst schick sein möchte und dann merkt er, ich kann mein Körper noch besser also mit Rohstoffen versorgen, dass er eben effektiv erarbeitet. Das ist schön, dass es so Hand in Hand geht. Ja, Nelly, bei dir wir sind uns da vor ein paar Jahren schon noch begegnet, da hast du mir vorgeschwärmt, oh, ich fühle mich gerade so gut, ich habe eine neue Fitness-Trainerin und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau, eine neue Idee. Hast du auch mit dir im Alltag viel gemeinsam gemacht? Ja, also wir haben, ich habe, was ist das? Vier, fünf Jahre? Fünf Jahre, glaube ich, genau. Ich bin von einem Kundin angesprochen worden bei uns im Geschäft, die auch bei ihr Kundin ist, also die bei ihr trainiert und wir haben so unterhalten, was wir Sport machen und so weiter. Ich dachte, ich mache schon ewig nichts mehr. Also ich war früher als Jugendliche sehr, sehr sportlich. Danach mit der Hochkost ging es auch wieder, also ich habe auch ein paar so Kampfsport gemacht. Hat aber schon gefehlt, nur das Geschäft und der Stress und keine Zeit und keine Lust, keine Motivation. So viele andere Ideen im Kopf, die umgesetzt werden wollen. Ja, es war auch ein Geschäftsaufbau. Ja, und dann hat sie mir davon erzählt und sie sagt, ach, mach zu, das ist doch gerade zwei, drei Straßen weiter von dir. Geh doch mal, geh doch mal gucken. Ja, und dann bin ich dahin und das war lieber der erste Weg. Ich habe eben mit Pilates angefangen und mit diesem Reformer, das ist ein Gerät, was zu Pilates gehört auch und das hat nur so viel Spaß gemacht und so viel so gut getan auch und ja, und seitdem bin ich regelmäßig bei ihr und so hat sich diese Freundschaft auch entwickelt und ich war jetzt nur rein Geschäft und ich bin ihre Kundin und einfach mal so ein Freundschaft daraus entwickelt und ja, jetzt gucken wir immer zusammen. Sehr schön. Was ist denn deine Spezialität, was du da noch eingebracht hast, Kay, in das Pilates oder was ist jetzt dein Weg vor dem Fitness? Also zum einen, bei mir brauchst du halt überhaupt keine Geräte. Ich meine, wir haben hier die ursprünglichen Pilates-Geräte oder ein Pilates-Gerät, das er entwickelt hat, einfach weil das auch wieder einzigartig bei uns im Umkreis ist, aber meine Spezialität ist wirklich, du brauchst nichts außer deinem Körper und den hast du immer dabei und ich zeige ihm, wie man nur da mit trainieren kann und da kannst du ein paar Hilfsmittel dir holen wie Wasserflaschen oder Gästehandtücher, also ich habe es halt gern so, was habe ich da und das kann ich nehmen, weil das hat dann jeder, ja und das ist dann wieder die Zeit der Spannung ist. Warum kurz so knackig oder wo ist das, wo es im Alltag einfach zu integrieren ist? Ja, es kommt halt darauf an, was der Mensch erreichen möchte. Es gibt ja Menschen, die sagen eher, ich möchte hier Rückenschmerzen vorbeugen, Verspannungen vorbeugen, Länge in den Körper bringen, mich einfach rund um wohlfühlen, muss da jetzt aber nicht irgendwie meine Ausdauer aufbauen. Der braucht natürlich ein anderes Training, wie derjenige, der sagt, beim Wandern oder beim Treppensteigen, ich bin immer sofort außer Fuste und auch wirklich gern definiertere Arme. Der braucht dann eben einen Ausdauerkraftmix und ich habe dann ein Programm entwickelt, also du kannst 14 Minuten ganz gut trainieren und kommst da so an deine Grenze, als wärst du eine Stunde gebrochen gewesen. Habe ich mitgemacht. Nelly kennt das Programm, das ist wirklich, und 14 Minuten, ja, das ist eine Zeit, die hat jeder und ich habe sogar Menschen, die mit dem Programm trainieren, die machen in acht Minuten und kommen an ihre Grenzen. Die sind zwar schon ein bisschen fitter, ja, aber es ist möglich und das ist halt das, was ich auch versuche zu vermitteln. Du brauchst keine halbe Stunde, also ich habe heute gerade ein Live-Video gedreht, da habe ich mich noch nicht mal umgezogen, einfach um den Menschen mal zu zeigen, ich habe hier meine Alltagsklamotten an und du kannst trotzdem den Oberkörper trainieren, ja, also das ist halt das, was wir versuchen auch zu zeigen. Super, ich habe gerade, wir haben ein kleines Baby jetzt und ich bin gerade vor, bin ich mit dem Baby, der noch sport macht, weil es ist wirklich, Baby auch, dass ich mich noch kümmern möchte, aber es ist wirklich nicht so einfach einfach bei Minuten im Alltag zu finden. Jeder hat da seine anderen Gründe, aber das ist wirklich eine tolle Verlautung, da, es gibt 20 Minuten, ich denke, das ist möglich. Ich kann mal ausprobieren. Was sind eure Tipps dann, wo ihr im Alltag die Zeit spart, wo ihr abknarzt, um sie dann für Sport und Ernährung zu investieren? Also für die Ernährung kannst du schon, ja, abends, wenn du nach Hause kommst, ein paar Sachen vorbereiten, zum Beispiel für den Smoothie, da kannst du dir, wenn du morgens keine Zeit hast, das natürlich am Abend vorher vorbereiten, was aber nicht so gut ist, weil viele Vitamine dadurch auch verloren gehen, aber du kannst das Gemüse, das Grüngemüse oder das Obst auch klein schneiden, in einem Zippbeutel oder in einem Behälter schon, schon in den Kühlschrank stellen und dann hast du schnell Wasser rein, Mixer und dann kannst du dann so machen. Also man kann, ja, viele Sachen auch im Voraus vorbereiten, Chia-Pudding und solche Sachen. Oder wenn du auch sind es noch okay, das für drei Tage im Voraus zu machen oder ist es da nicht mal bestimmen? Das würde ich nicht unbedingt für drei Tage machen. Also höchstens zwei Tage dann das Gemüse klein schneiden und so weiter portionieren. Ja. Das kannst du auch mit einfrieren, wenn du möchtest, das ist auch machbar, dass du dann deine Smoothie-Portionen schon eingefroren hast, vorher raus auf den Kühlschrank und dann morgens legst du alles zusammen mit Wasser. Dann hast du es. Gute Variante. Risslichkeit ist Optimum, aber es ist genau. Bevor du dich stresst und nichts trinkst, also gar kein Smog. Ja, genau. Und solche gesunde Sachen dann lieber so. Ja, das ist eine gute Variante. Und ja, sonst kannst du dir auch eine Salade auch schon mal voraus vorbereiten und so Gläser dann machen, so Schichtsalade und dann, wo du dann die Soße unten hast und eine härtere Gemüse unten und dann oben das Salat und dann hast du deinen Behälter so einen Wegblast und kannst du dann auch das ins Büro mitnehmen und dann eine Schüssel umfüllen und dann hast du einen fertigen Salat, bevor du dann zum Bäcker rennst, mittags, weil du einen Reisdruck hast oder so eine Cracker auch vorbereiten und voraus vorbereiten. Die kann man natürlich auch kaufen. Lohnt sich eher, wenn man es selber macht, wenn man so viel davon isst. Also so kleine Tricks einfach, die man, die man, ja, einfach für die Vereinfachtheit, Einfachheit abmachen kann. Ja, so ähnlich meint es auch, auch wenn ich jetzt Quinoa oder so zum Beispiel koche. Das ist eigentlich gut zum drei Tage Vorkochen und dann vier Grünsäuse und frisches Gemüse dran und dann etwas gerade von Alltag was satt macht und ganz viel Rohr ist dabei noch. Das ist auch gut ein eigenes Appotiv vorbereiten. Ja, einfach mal kreativ sein und offen sein für alles und sich mal das Beste dann rausziehen. Genau. Ja. Ja, was auch gut ist, jetzt gerade, wenn ich wieder ans Training dann denke, wenn man so Energiekugeln oder sowas im Vorrat macht. Also ich mache da auch immer gleich aus 200 Gramm Mandeln und 200 Gramm Placken, dann hast du so einen riesen Schüsselnrollen und die kommt in den Kühlschrank und immer wenn so der Halshunger kommt, dann kann man eben da rein greifen. Das macht satt, schmeckt lecker, schmeckt es gut. Und man isst halt nicht wieder den Keks oder die Schokolade. Ja, das sind halt so Sachen, die es einfachen. Und was das Training angeht, angeht, da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, wenn man so sagt, ich starte morgens mit einer kleinen Yoga-Einheit, muss ja nicht immer Pilates sein. Da gibt es zum Beispiel den Sonnengruß vom Yoga-Einheit. Da muss ich wirklich sagen, oh, morgen früh auf und ich mache den Sonnengruß, den mache ich einmal. Das dauert maximal drei Minuten. Ja, und das dann aber jeden Tag. Dann freut man sich zum einen schon mal morgens drauf, wenn man weiß, wie gut es einem danach geht. Im anderen weiß man genau, ich muss jetzt keine halbe Stunde wieder irgendwie investieren und es ist, nach ein paar Tagen merkt man eben schon diese Wohltage, diese Länge, die dadurch in den Körper kommen. Das können auch ein paar Mobilisationswirkungen sein. Ansonsten, Zeit sparen, gibt viele Dinge, die man eben vorbereiten kann, was jetzt nichts unbedingt mit der Fitness, also meine Mathe zum Beispiel, die liegt halt immer da. Ich musste mich irgendwo herholen, ja, und was die Fitness noch anbelangt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich nicht immer umziehen. Also das ist, wenn man Oberkörper-Workout macht, muss man sich nicht mal umziehen. Ansonsten gucke ich halt auch, was die Ernährung angeht, dass ich da eben Zeit spare, wie du auch gesagt hast, mit Quinoa, ich mache das genauso, ich koche immer große Mengen, ich koche auch immer 500 Gramm Bohnen ab, dann mache ich einen Bohnenauflauf und dann mache ich einen Bohnenburger. Genau. Das ist so praktisch irgendwo und spare dann eben die Zeit oder auch ich mache Kokos-Salate im Voraus, halt keine Riesenmengen, aber halt, dass es so für zwei, drei Tage reicht. Ja, das sind einfach so kleine Tipps und Tricks. Wenn das auch zum Sport, jetzt zum Beispiel, wenn Yoga morgens schon und die Saisongruße schon zu viel ist, denke ich auch, für den Anfang, wenn du aus dem Bett kommst und dich schon mal streckst, das sind schon Bewegungen, die viele Leute auch nicht mal machen. Stelle ich vor dem Computer, geht nach Hause, setzt dich vor dem Fernseher, also nicht mal diese Bewegung oder hier die Schulter oder einfach mal den Kopf mal drehen, bewusst einfach mal, eben diese Kleinigkeiten, die... Absolut, stimmt. ... mit der Zeit auch einfacher machen. Ja, das ist viel zu fehlen. Und das ist... Sollten muss ich es manchmal für manche auch schon zu fehlen. Ja, das ist auch nicht Zeit, weil eben die Kinder schreien, weil ich Frühstück vorbereiten muss, weil ich... Und dann einfach mal schon mal aus dem Bett kommen und dann schon mal... Aber alleine auch im Badezimmer manchmal ausrechnen, so lange wie möglich was und das mache ich manchmal... Du hast das ja beim Zähne müssen so... Ja, die Beuge machen. Das stimmt, den Bett mache ich auch oft diese... nach dem Aufwachen die Yoga-Drehung knie in die eine Richtung und den Oberkörper in die andere Richtung. Das geht jetzt nicht. Ja, super. Das ist wirklich viel besser als nichts. Und wenn ich es mal drei Tage vernachlässig ist, merke ich es schon. Also, es sind kleine Sachen, aber man merkt, es hat schon Wölkung. Da denke ich dran, aber es ist so ein kleines, kleines Workout. Ja. Aber Nelly hat gerade ein Wort wahrscheinlich ganz unbewusst gesagt. Sie hat nämlich das Wort bewusst genannt. Dinge bewusst zu tun und unsere Erfahrung auch, wenn man Dinge bewusst macht, wenn wir jetzt mal von der Spülmaschine ausräumen reden, wenn man das bewusst macht, spart man oft mehr Zeit, wie wenn man hektisch drei Mal nimmt, den einen wahrscheinlich noch fallen lässt und irgendwie im Schrank dann nicht alles klappt oder man einfach bei der Sache ist, was man gerade tut. Dann geht es oft viel, viel schneller, als wenn man so hektisch ist. und was wir auch immer versuchen zu sagen ist, mach das Unangenehmste zuerst. Es gibt ein ganz tolles Buch von Brian Tracy, das heißt, wie der Form, also ist den Frosch, dass man immer das, was einem so, die Sachen, die man so währenddurch sich herschiebt. Wenn man das mal anpackt und selbst wenn das ein großer Frosch ist, sage ich mal, wenn man gar nicht weiß, oh, wie soll ich das überhaupt haben, dann teile dir den Frosch in so kleine Stücke. Das klingt jetzt ein bisschen. Französisch klingt das, Ich habe auch schon eine Hand. Und einfach zu gucken, okay, heute mache ich das und morgen mache ich dann das. Dass ich mir den einfach so unterteile in kleine Babyschritte und irgendwann ist der Frosch dann auch weg oder der Berg gestiegen oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und dann, es ist so eine Erleichterung, wenn ich dann weiß, oh, das habe ich jetzt, das habe ich geschafft, dann ist man stolz auf sich und dieser große Brocken ist dann mal weg und dann hat man schon wieder mehr Zeit. Also wir brauchen auch, dass wir eben auch Projekte haben, wo man so erst so hinguckt und denkt, ja. Ja, der Ballast im Nacken, der sammelt sich auch an und macht dann auch im Allgemeinen ein Stück schwerer, macht die Schultern wieder zu, anstatt, dass man dann... Und vor allen Dingen auch so, wenn man sich immer in diese Stresssituation begibt, dann hat man auch wieder das Problem mit der Ernährung, dass man dann eben auch dazu neigt, wieder so Kindheitsernährung sicher vorzubraben. Ja, so dieses Seelenfutter. Das heißt es im Englischen. Und dann isst man wieder weniger Rohkost, weniger grüne Sachen. Also das ist alles so... Ja, ich fand alles und das ist alles zusammen. Ja, das ist alles zusammen, ja. Spannend, ja. Also eure Tipps und Dricks, wie ihr zusammengefunden habt, das war eine schöne Geschichte. Und dann habt ihr angefangen, Ideen zu spielen. Eure Talente, eure Inspiration, Motivation zusammenzutun, die sich ja auch wunderbar ergännten. Was ist denn dabei rausgekommen? Naja, ich glaube, erst sollten wir mal erzählen, oder sollte ich mal erzählen, wie es überhaupt angefangen hat. Ich lag nämlich ganz gemütlich, wo war ich denn da? Teneriffa. Auf Teneriffa, den Kanaren, lag ich da am Meer und habe gearbeitet, was ich immer sehr gerne tue, wenn ich da irgendwie am Meer bin. Und dann fiel mir dieser Gedanke zu, ich glaube, ich muss der Nelly schreiben und muss ihn mal fragen, ob sie das mit mir machen würde. Ob sie irgendwas mit mir machen würde. Ja, genau. Also ihr habe ich nur geschrieben, irgendwas. Ja. Was hast du geantwortet? Ja, ich schliege auch am Abend, vor allem nicht auf La Palma, auf den Kanaren. Das war kein Zufall. Ja, und sie schrieb wirklich, wenn wir nach Hause kommen, muss ich dir was, muss ich dir was fragen, hättest du was damit zu machen? Ja, dann habe ich gesagt, keine Ahnung was. Sie hat es auch nicht verraten. Ja, ich bin für alles offen. Ja, wir machen was, irgendwas. Ja, dann kam ich nach Hause und dann ging es los. Dann habe ich ja erst mal gesagt, was mir so zugeflogen ist, nämlich, das, was wir jetzt auch vorhin schon gesagt haben, dass sich diese Fitness und Ernährung so wunderbar ergänzen, dass wir da unbedingt was draus machen müssen. Ja, dass wir all das Wissen, dieses geballte Wissen, das da von beiden Seiten reinkommt, mal zentrieren müssen, und mal ganz viele Menschen zugänglich machen müssen. Weil sie hat so ihren Part mit den Zubereitungskursen lokal, ich habe hier meinen Part mit dem Studio und jeder für sich hat da schon viele Menschen, aber wir beraten eigentlich ja immer nur in unserer Schiene. Und da kam eben dann die Idee, okay, lass uns das doch mal zusammenfügen. Ja, und dann haben wir neun Monate neun Monate, an unserem Baby gebastelt und haben da ganz viel reingepackt, Herzblut, ja, ganz viel Herzblut, haben viel gelacht, oh ja, ja, ein bisschen gewollt, ein bisschen gewollt. Das ist doch sehr, sehr anstrengend, ja. Schwierig auch war teilweise, auch teilweise auch neu für uns, auch gemeinsam zu arbeiten. Aber was wir eben erreichen wollten, war das, was wir wissen und was für uns so gut funktioniert im Alltag, trotz vieler Projekte, trotz wenig Zeit, die wir ja alle, wir sagen ja alle, wir haben keine Zeit oder ich nehme mir die Zeit nicht, zu zeigen, dass es möglich ist, die Bewegung in den Alltag zu integrieren und eine gesunde, ausgewogene Ernährung in den Alltag zu integrieren. Wir wissen nicht mehr, das hier in der Menschenfeld. Und gerade das ist der Motor für neue Ideen, zündende Ideen und dran zu bleiben und motiviert zu bleiben und auch sich zu bewegen. Wenn man da immer auf der Welle schwimmt, dann wird vieles zum Selbstläufer. Ich weiß ja auch, wie es das anfühlt. Und bei euch sehe ich das ja auch, das Strahlen in den Augen. Das wollte Teil, das wollte weitergeben. Jenny macht das über die Revolution auch. Habe ich noch gar nicht erwähnt. So ein großes Projekt und dann dein Bistro noch, wo du ganz tolle Rezepte unter die Leute bringst. Das ist ein tolles Geschmäck auf die Zunge und du mit deinem Studio. Unglaublich. Ja, also, was ist denn das Demi nun geworden? Ich kann ja nicht sagen. Es ist ein Online-Kurs. Ein Online-Kurs. Ein Online-Videokurs. Ein Online-Videokurs, genau, Fit-in-Row. Und das sind zehn Module geht. Also sind zehn Module, fünf Module von Kay, fünf Module von mir. Viele Arbeitsskripte, viele, viele Videos, sehr viele Rezepte, sehr viele Workouts, kurze, kleine, immer wieder. Wir haben immer im Hinterkopf auch, was unsere Kunden sagen. Ich habe keine Zeit. Zeige mir, was, was schnell geht, was schnell Erfolge bringt. auch das Wichtigste, aber wir zeigen dir alles. Du hast, wie gesagt, wir sagen immer, du hast die Zutaten, du hast alles, wir haben das Rezept, dein Körper, du hast deine Küche und wir haben das Rezept und zeigen dir den Weg, aber den Weg musst du gehen. Das ist das Problem auch mal daran. Wir können nicht für dich entscheiden, was du zu machen hast, aber du musst es wollen, es muss wirklich von dir her kommen. Das, was wir auch vermitteln, auch in diesen Videos, auch mit Mindset, also die Kay hat da sehr viele Videos und Arbeitsblätterübungen über Mindset auch. Also ich meine Gedanken, wie man auch alt ist, also wir sind ja alle so fest, gefahren in unseren alten Gewohnheiten, in so vielen alten Strukturen, Dinge, die wir halt gelernt haben als Kind, das macht man so und wenn wir da einfach so ein bisschen Glück reinbringen und da mal eine neue Gewohnheit reinbringen, dann kann einen das so sehr bereichern. Das ist meistens das Alte, was einen nicht weiterbringt und das lässt man aber auch so schwer los, weil das ist ja das, was man kennt, das ist bequem und neue Dinge, die sind zwar immer aufregend, aber die machen auch so ein bisschen Angst und darauf gehen wir eben auch ein, wie kann ich das Alte loslassen, wie kann ich Neues integrieren und wenn ich da Neues integriert habe, der Mensch ist ja so ein Veränderungstier, sag ich mal, ist ja laufend auch noch phasend. Es ist nicht so, jetzt habe ich das Neue gemacht, das tut mir gut, das mache ich jetzt für immer und ewig. Nee, 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 irgendwann sagt er ja schon wieder, ja, aber ne, na, es ist ja auch nicht so, ja, ich muss die Veränderung mal angucken und wie kann ich damit umgehen und dass es auch okay ist, wenn es dann halt mal im Rückfall, wenn ich das jetzt nicht so, aber wenn es dann halt mal nicht so läuft, dann, dass man es nicht wieder komplett aufgibt, sondern dann sagt er, komm, ja, das ist jetzt so, das erkenne ich jetzt so an und dann geht es aber wieder weiter, ja, und das ist ganz arg wichtig, wichtig zu wissen, warum mache ich das denn? Absolut. Ernährung, und warum möchte ich mich mehr bewegen, habe ich Schmerzen oder, ja, und was uns auch sehr wichtig ist, wir zeigen halt, wie man den Alltag besser planen kann. Also wir geben da ganz viele Tipps und Tricks auch in unserem Boni, die wir da noch dazu gepackt haben. Einfach so, ja, kleine wertvolle Tipps, wie der Alltag besser laufen kann. Das ist ja auch so von unserem Konzept, erstens zu wissen, warum ganz viel Hintergrundwissen, das ist dann auch schon wieder die Motivation, ich will ein neues Ergebnis, also brauche ich einen neuen Weg, wenn das Alltag nicht funktioniert hat, muss ich ablegen und einen neuen Weg, aber das ist auch so eine Aufbruchstimmung dabei, finde ich, also nicht bereichert, das ist immer unglaublich, dann ist es im Bauch, und wenn ich nach vorne zu diesem neuen Ergebnis jetzt für mich ist das unglaublich motivierend auch, und bereits sagen, auch manchmal aus seiner Komfortzone rauszugehen und einfach mal neue Wege entdecken wollen, und wie gesagt, dein Warum ist wichtig, aber tu nicht den Weg gehen. genau, das muss Ratschläge helfen, aber die intrinsische Motivation, das muss wirklich von deinem selber kommen, von innen, aber Motivation von außen, die funktionieren auch, wenn man so einen Strahl sieht, wie bei euch, das zieht dann nicht mehr. Genau. Schön. Wie komme ich dazu? Wie geht es weiter? Wo kann ich euch finden? Ja, also wir haben eine Webseite erst mal, die heißt fitnra.de, also fitnra.de und das findest du aber auch auf Facebook, da haben wir auch eine Seite, die heißt genauso, fitnra, und genau, und bei Facebook, da posten wir auch immer ganz viel, also auch Rezepte und kleine Workout-Videos und auch schön. Und was wir auch haben, ist dann eine Drei-Tage-Change, dass man, also in den drei Tagen wollen wir eben zeigen, dass man sich mal die Zeit nehmen sollte, ein bisschen Zeit jeden Tag, weil man es ziemlich wert ist, ja, also das heißt, auf jeden Fall, du bist es wert, und da geben wir auch ein Rezept und ein Workout-Video und eine Aufgabe des Tages und ein Wärmest-Tipp immer, da kann man sich kostenlos dazu anmelden und genau, und die Leute sind natürlich, also die Teilnehmer des Kurses, sie haben wir auch eine Facebook-Gruppe auch gegründet dann, eine geschlossene Gruppe, wo man wirklich auch Fragen stellen kann, wenn jemand einen Stopp bei jemandem und ich weiß nicht weiter, also das ist dann, ja, wir antworten dann sofort Fragen und sind da auch die Gruppe dann immer da, solche Fragen. Dankeschön, also ich kann wirklich nur sagen, ihr zwei, also ihr esst wirklich vorwiegend pflanzlich, alle beiden? Ja, ja. Das ist ja wirklich schöne, strahlende Beispiele, ihr seht fit und gesund aus und ich weiß, ihr, eure Körper, die rauchen vor Ideen, ihr seid motiviert und ja, das ist ein tolles Vorbild einfach, eine super Motivation. Das Leben ist schon schwierig, wenn man sich das Leben noch schwerer macht, das bringt ja nichts, man wird nur unglücklich. Entweder machst du das allein und findest deinen Weg oder du findest jemand, der mit dir den Weg geht, also so ein Buddy, Facebook-Kumpel dann, so ein Kumpel halt. das ist auch immer einfacher, natürlich auch, wenn man jemanden dabei hat, der einen Wagen machen will. Aber, ja, sonst macht es immer Spaß mit uns, also wir sind immer fröhlich, eigentlich, ja, schon immer fröhlich, immer gut drauf. Kann ich nur bestätigen. Also nichts mit drüber Tassen, Veganer, in die Richtung, beste Beispiele, das mal auszuprobieren und ja, die pflanzliche Ernährung, welchen, welche Vorteile das für die Gesundheit hat, gerade wenn man jetzt schwerwiegende Sachen zu bewältigen hat. und was, ich glaube auch die Angst, auch weil viele Leute ist, dass wenn sie sowas anfangen, auch mit pflanzlicher Ernährung, dass sie denken, oh mein Gott, ich muss jetzt mein ganzes Leben machen, ja, mein Leben lang und das, irgendwas, wenn ich unglücklich bin damit, dann hör auf, dann bist du vielleicht im nächsten Jahr wieder da zurück und versuchst es wieder. Irgendwann kommt es, irgendwann machst du dann und du weißt, dass es denn da war. Aber es ist nicht, du hast nicht unterschrieben, jetzt hast du dein Leben lang nur das machen wirst, ja. Danke. Wenn du das angefangen hast und du das gemacht hast, dann wirst du merken, wie es dir dann besser geht und dann wirst du vielleicht nicht mehr zurück wollen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und das denke ich, dass man auf jeden Herzen mit kleinen Schritten halt anfängt. Ich habe es mit vollem Einstieg leicht gemacht, aber ich denke, ich bin mir sicher, dass die Erfolge, die sich einstellen, es ist einfach so gut anfühlen, die möchten nicht mehr loswerden, sich behalten und noch mehr davon haben. Das hat auch eine ganz große Motivation dahinter ist, sich Schritt für Schritt besser zu fühlen und dabei zu bleiben und das halt. Und wenn es mal die Weihnachtsstollen gibt oder so, ja, da dachte ich nur 100 Prozent. Es kann nur nicht sagen, der Leder sagt, genau. Dann genießen wir das auch mal, wenn es dann kneift den Bauch, wie mir das letztens passiert ist, dann ist es dann auch dauerwert, nee, aber kann man sich schon mal gönnen wollen. Und dann, gerade wenn es eben, wie ihr auch sagtet, dieses Komfortfood, oder wenn wir Familie zusammensitzen, gerade, ich will dann auch dieses Gefühl von damals, Familie, das möchte ich wieder haben, dann kommt es manchmal zu solchen Situationen und dann denke ich mir auch, das möchte ich jetzt auch feiern und dann morgens wieder anders, ist gar nicht weiter schlimm. Aber generell zeigt sich schon, dass eben dieser frische, Rohkost, pflanzliche Weg doch der, das ist ein besseres Wohlgefühl klingt für den Körper, ne. Also es ist so, dass sich auch ganz pflanzlich im Hirn dann verantwortlich, ne. Schritt für Schritt zur Gesundheit. Schön. Ja, war sehr hochschutzreich. Dankeschön. Und ihr habt noch eine Überraschung für euren Kurs dabei? Hätte aber gestern, aber das erklärt ihr, die Kämpfer. Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben ja unsere 3-Tage-Challenge und da gibt es auch immer so ein Webinar noch dazu und jetzt haben wir noch die Überraschung, dass es nämlich einen Kurs gibt, einen Gutschein gibt. Das ist eine super, super, super tolle Aktion. Genau. Dankeschön. Danke. Ich freue mich auch nochmal, dass wir die Energie nochmal so gebündelt haben und zeigen, dass die pflanzliche Ernährung man doch so weit vorwärts bringen kann und auf der Gesundheitswelle reiten lässt oder sich gut führen lässt. Danke, dass ihr euch losst. Ja, bedanken. Danke, Nei. Vielleicht begegnen wir uns noch wieder auf der nächsten Revolution oder beim nächsten Fitness oder beim nächsten Fitness vorwärts. Ich freue mich sehr. Ich würde mich freuen. Ich öfters mal auch zu sehen, auch in echt. Ja. Ich fahre gelegentlich dran vorbei, einmal ein Jahr oder so, aber immer am Wochenende. Aber gut. Dankeschön, Herr Sade. Und grünliches, Ideen glühen noch. Ja. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.